guten abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen live session grüßt euch immer schön wenn man sieht wie die leute so reinkommen schön dass ihr alle dabei seid heute machen wir was aufregendes heute geht es mal wieder ums balzer set ganz zuallererst wir haben ja eine liste gepostet was ihr heute braucht aquarellpapier das balzer set und die kalibrushes kein problem jetzt sage ich euch noch es wäre gut klebestift schere bleistift wer das jetzt schnell noch holen will darf schnell sausen wahrscheinlich habt ihr das eh mit an eurem platz liegen wenn nicht halb so wird ihr wisst wie immer diese live session wird aufgezeichnet wenn technisch technisch nichts schief geht speichere ich nach der live session und es wird morgen hochgeladen auf der website online minus pen.de und auf youtube und ich habe euch das motiv für heute tada auch schon vorbereitet für die website zum download die vorlage habt ihr also auf jeden fall jetzt räume ich mal alles zur seite also klebestift schere ich komme gleich darauf zurück ihr werdet sehen bleistift ist eigentlich immer mit am tisch lineal oder geodreieck okay also ich denke heute sind einige dabei die eventuell noch nicht mit dem balzer set gearbeitet haben balzer set beinhaltet die orange tinte es gibt ja eine ganze menge von verschiedenen tinnen wundervolle farben ich habe mich heute mal entschieden für orange und lila es gibt aber auch pink blau grün braun und schwarz als ein ganzes set ihr könnt gerne heute nur mit der orange arbeiten ich habe jetzt mal noch eine farbe dazu genommen zeige euch aber da auch wieder verschiedene lösungen das ist unser projekt für heute und wie es manchmal so ist ich habe ja gestern daran gearbeitet und dann entwickelt sich das so und ich bin hinterher herausgekommen mit einer lösung die eben das kleben von so einem papier quadrat das ist das aquarellpapier dann habe ich gefunden glitzer papier das gut dazu passt geht mit geht auch ohne zeige ich euch alles dann im vorgang und dann die kombination mit den kalibrusches auf normales papier also wir kommen auf jeden fall zurecht ihr sollt diese stunde ja genießen ihr könnt euch auch einfach mich arbeiten lassen also gut jetzt lege ich das mal kurz weg nicht kalibrus sondern balzerholz das set kommt mit zwei verschiedenen breiten balzerhölzchen natürlich in jungfräulichem balzerholz da ist auch schon eine seite benutzt bei mir schaut meine ganze mein ganzes amissurium so aus und ihr seht schon das balzerholz hält ewig man kann das auswaschen es wird dann irgendwann ein bisschen eingefärbt das prinzip ist folgendes ich habe hier zwei schriftbreiten die jenseits von der schriftbreite sind die der kalibrus leisten kann mit seiner zwei millimeter feder oder auch ein kaligrafie füller das sind alles völlig andere werkzeuge deswegen ist es aufregend das auch mal mit dem balzerholz zu probieren das prinzip ist völlig einfach völlig einfach und wir probieren heute arbeiten heute mal mit dem schmalen ok wir hatten das ja schon verschiedene male ausprobiert lasst uns heute mal das schmale nehmen die gute nachricht ist das schmale geht in die öffnung von vom tintenglas rein das ist klein genug ich mache immer mein tintenglas auf und wisch erstmal ab weil oben immer etwas tinte drauf steht so hoffe ich meine hände sauber zu halten aber meine hände sind irgendwie immer ein bisschen farbig also das geht hier rein das breite nicht und deswegen ist im balzer set clever gedacht ein pinsel dabei dann geht man mit dem pinsel ins glas und befüllt das balzerholz mit dem pinsel das balzerholz ist ein ganz leichtes holz weil es eigentlich aus aus kapillaren besteht und diese kapillare saugen farbe an und geben die dann auch ab deswegen kann man das so toll zum gestalten benutzen ich zeige euch das auch jetzt mal mit einem pinsel ich könnte jetzt einfach eintauchen aber man sieht es schön wenn ich das frei halte ich zu mal ein wie das funktioniert ich nehme einen pinsel das ist nicht der pinsel der im set ist ist ein schöner kleiner kurzer pinsel so wie die handtasche mit ich benutze meine alten abgehalfterten pinsel und jetzt wenn ihr schaut ich gehe dann hin und streift die farbe hier ab und dann seht ihr hier seitlich ich drehe es auch mal um seht ihr wie sich das hochzieht und es nimmt es auf ohne dass jetzt was tropft und es zieht es einfach nach innen ins holz ja jetzt hat es getropft normalerweise genau nochmal würde ich es ganz senkrecht halten aber man sieht es besser wenn ich es schief halte und ihr seht wie sich das nach hinten zieht und da kann ich so ein bisschen hintippen und dann kann ich auch schon loslegen und das ist das prinzip dann kann ich das benutzen im prinzip wie ein schreibwerkzeug ich kann striche machen da kann ich muster machen haben wir schon mal gemacht grußkarten also ornamental arbeiten oder ich kann eben auch schreiben und für die die schon länger mitmachen ihr wisst wir haben das auch schon mit dem kalibrash gemacht und es ist folgendes prinzip jetzt zume ich noch mal ein beim kalibrash habe ich euch immer gesagt kalibrash am besten schräg halten so sehen wir es noch besser und dann können wir ganz toll damit schreiben und dann gibt es wenn ich das immer schräg halte den stift gibt es dicke und dünne linien und das ist das prinzip das wir heute auch mit dem balzer set benutzen ja das sieht jetzt riesig aus ist aber tatsächlich nur so kleine jetzt wenn ich das mit dem schmalen balzerholz mache jetzt taue ich einfach mal ein nur ein bisschen und ich kann auch leicht den boden abstreifen das gleiche prinzip ich halte mein mein balzerholz leicht schräg und mache eine rundung und dann stoppe ich weil ich jetzt schieben müsste das wäre anstrengend das ist jetzt wirklich so ein kaligrafischer zug und dann setze ich oben an gehe mit dem schrägen balzerholz nach unten und habe ein wundervolles o und das o zeichnet sich aus dass es außen rund ist und innen drin bildet sich wie so eine olivenform ja und das prinzip ist dann wenn ich jetzt ein a macht zum beispiel dann sieht es so aus die andere lösung wäre dass ich das balzerholz ganz flach nehme flach und wenn ich quer ziehe nehme ich es hochkant dann ist auch der zu fett also da habe ich ganz viele möglichkeiten und und ihr seht schon die reine die reine schriftgröße ist es ideal als kombination mal zum kalibrash wenn ihr das jetzt gerade mal ausprobiert dann lasst uns gleich mal zu unserem text gehen das lege ich mal zur seite so ich zeige euch noch mal meinen entwurf für heute du moment zu mehr aus du what makes your soul shine ganz klar ist soul die seele das wichtigste wort und das hebe ich als gestaltung mit dem schmalen balzerholz hervor und das probieren wir jetzt mal auf einem extra blatt aus soul halb so wild wie gesagt ich kann wieder eintauchen ganz leicht ich strafe leicht am rand ab ich nehme wie besprochen das balzerholz schräg und jetzt mache ich auch einen strich eine schöne kurve ich stoppe dann gehe ich nach links raus wieder schräg zurück und gehe hier von links nach rechts das sind mehrere züge fürs s immer zu vermeiden dass ich schieben muss also wenn es euch schwer fällt dann absetzen und den strich aus der anderen richtung machen und dann gehe ich ins o wie ich es euch gerade gezeigt habe ein strich und der zweite dazu und jetzt seht ihr schon das o setze ich drunter einfach schräg halten und dasselbe prinzip ist dann das l und und dann gehe ich waagerecht rüber das ist unsere seele wir nehmen einfach das blatt um hier mal auszuprobieren ich gehe einfach nochmal nach unten wir können das gemeinsam nochmal machen wir können es auch mal nebeneinander schreiben genau und ich wechsle jetzt auch mal die farbe also wenn ich das nur in dem orange mache wunderbar wenn ich eine zweite farbe dazunehmen wie das violett dann kann ich natürlich ausnutzen dass die so schön ineinander verlaufen dafür nehme ich ein schmales balzerholz die eine seite für das orange da war mal grün drin aber ihr seht schon das ist gut ausgewaschen man nimmt es einfach ins saubere wasser und hält es dann in ein Küchentuch und dann saugt es das wieder raus und dann wenn es trocken ist könnt ihr es wieder benutzen okay manchmal gibt es überraschungen wenn man mehrere farben benutzt aber das sind dann farbverläufe ich finde es eigentlich immer ganz klasse das prinzip ist folgendes wir nehmen schön viel farbe jetzt ne sonst sieht man die farbe nicht wir machen mal das s also balzerholz schräg halten wir machen unsere kleine kurve stopp immer wenn ich schieben müsste gehe ich weg gehe nach links raus gehe hier zurück und das ist gar kein problem weil ihr wenn ihr immer den gleichen winkel haltet automatisch dahin stoßt und jetzt gehe ich nach oben dann drehe ich mein balzerholz um gehe ins violett ups noch weiter jo jetzt leicht abstreiten so und jetzt versuche ich mit dem o wie ich es gerade auch mit dem orange mache das s leicht zu berühren natürlich muss dann die fläche im s noch feucht sein deswegen schaue ich dass ich mit viel farbe arbeit wenn mir der verlauf zu wenig ist dann kann ich auch mit mehr farbe hier nochmal reingehen jetzt seht ihr schon das verläufter bin dem gebe ich jetzt einfach zeit da schauen wir wie sich das ergibt jetzt wechsle ich wieder zu orange oh das war verkehrt ich wechsle nicht zu orange weil in u doch gehen wir in orange so das passiert und ihr seht ich war gerade im violett habe es direkt ausgewaschen in meinem wasser und da bleibt gar nichts zurück braucht euch keine sorgen machen das funktioniert jetzt schauen wir mal dass wir hier auch die feuchte fläche noch berühren wunderbar wenn es mir da zu schmutzig wird das ist jetzt auch in meinem balzerholz drin dann gehe ich gleich nochmal ins wasserglas gehe auf mein auf mein küchentuch drückt es aus und ihr seht das balzerholz ist wieder sauber ich gehe frisch nochmal ins orange und mache den zweiten strich ich halte wieder das balzerholz schräg und gehe hier in die fläche zurück fertig eine andere sache ist wenn mir jetzt auf meiner schriftfläche da zu viel farbe ist könnte ich mit dem zewa reingehen und etwas farbe wegnehmen einfach mit einer spitze rein seht ihr aber ich finde es meistens ganz spannend sich das entwickeln zu lassen beim trocknen ich gehe einfach weiter für den rückenstrich für das l den mache ich etwas schräg damit er das u berührt dann gehe ich nochmal ins violett hole mir ein bisschen farbe nach und mache jetzt stelle das balzerholz einen tick schräger das ist mir zu wenig farbe gehe nochmal hin ganz leicht ziehe rüber und seht ihr da gibt es jetzt schon einen aufregenden verlauf und da könnt ihr verschiedene farben kombinieren ich fand jetzt besonders passend für seele eben auch diesen sehr sehr starken kontrast orange violett die wahrheit ist so sieht dann meine hand aus eure eventuell auch aber es ist tinte wasserlöslich können wir abwaschen geht auf jeden fall wieder weg keine sorge und jetzt seht ihr auch da ist wieder eine farbpfütze und da gehe ich einfach mit dem zehwar hin und nehme etwas weg und etwas das ich normalerweise nicht mache ich würde das jetzt zur seite legen und würde es trocknen lassen ich könnte auch das ist ein anderer effekt kann man ruhig mal ausprobieren wenn ich mit einem zehwar hingehe und beherzt da hin drücke dann nehme ich wirklich die farbe bis auf den trockenen grund weg das würde hier genauso gehen wir wischen natürlich nicht wir drücken einfach hin wieder weg seht ihr da wird es heller und es ist quasi trocken und es ist so einfach nur zwei farben ein stück holz balzerholz und ich habe einen ganz anderen künstlerischen effekt für meine gestaltung ok so jetzt kommen wir schon zu unseren kleinen quadraten jetzt lege ich das mal weg da habe ich mir folgendes überlegt wir brauchen ein papier quadrat in 8 x 8 moment jetzt brauche ich mal mein lineal 8 x 8 cm und das ist ganz klar das ist ruckzuck gemacht ich nehme mir mein blatt her messe mir die 8 cm ab einmal so und wie gesagt ihr müsst es jetzt nicht mit machen ihr könnt euch auch einfach nur zuschauen und genießen oder ihr zeichnet es euch einfach in der fläche auf und wir machen gleich noch eins und schneidet es später aus ja wenn ihr dann wisst auf was ich hinaus will da kann man auch in ruhe das video nochmal anschauen und es dann in aller ruhe gestalten aber es ist wirklich mit zwei schnitten gemacht ich gehe dann hier hin einmal drehe rum zweimal und ich würde tatsächlich immer wenn ich Zeit habe ich würde gleich den ganzen Bogen zerschneiden das ist jetzt ein DIN A4 Blatt dann habe ich mehrere und ich würde auch mehrere anfangen im Idealfall hat man dann mehrere fertige Arbeiten und ich bin entspannt weil ich hier schon einen ganzen Haufen liegen habe ja meine Idee jetzt dabei ist dass ich das nicht innerhalb der Fläche mache sondern die Fläche überschneide so welches Papier benutze ich ich benutze gerade ein ganz einfaches Aquarellpapier Moment ich zeige euch mal den Block der Block ist vom Gastecker Aquarell Watercolor Gastecker ist Künstlerbedarf kann man bestellen das ist die Hausmarke Nummer 3 Aquarellblock wichtig sind sind die 200 Gramm reicht vollkommen ist eigentlich DIN A3 also fast DIN A3 30 x 40 cm ich habe die heute geteilt und dann mache ich mir eben die kleinen Quadrate draus also ganz einfach ist der Unterschied zu unserem Layout Papier das wir sonst benutzen ist dass dieses Papier dicker ist und die viele Tinte verträgt ja so und jetzt habe ich mein und ich mag das gern auszuschneiden auszuschneiden und nicht das nur einzuzeichnen weil ich habe jetzt meinen schwarzen Untergrund und habe die Begrenzung mir fällt es dann leichter über das Blatt raus zu gehen jetzt sage ich euch mal was ich meine ich nehme jetzt beide Farben wieder weil da gibt es dann für euch mehr zu sehen aber wie gesagt geht auch nur mit Orange zeige ich euch gleich aber lasst uns das jetzt mal machen und zwar das sieht jetzt einfach aus aber wir müssen uns überwinden wenn wir es nicht gewohnt sind aus dem Format raus zu gehen das ist für den einen oder anderen vielleicht neu und nicht vergessen das Balzerhölzchen schräg zu nehmen und dann mache ich erstmal diesen Hauptzug und da kann ich schon ich setze ganz an der Kante vom Papier an ich schwinge ein und ich schwinge aus einmal jetzt sehe ich schon es ist ein bisschen wenig Farbe drauf jetzt habe ich einfach ein bisschen Farbe reingeträufelt schauen wir mal was passiert jetzt gehe ich nach links raus wieder schräg halten und gehe hier ans S zurück und gehe dann oben und da verlasse ich auch das Papier so raus da könnt ihr wenig falsch machen und ihr seht jetzt optisch wenn ich das vierteile des Blatt das S ist ungefähr in einem Viertel ich habe ja nur vier Buchstaben von daher ist das ganz leicht jetzt wechsle ich das ist auch bei mir nur so dass ich mir besonders die Pfoten schmutzig mache weil ich gar nicht auf meine Hände achte das ist bei euch wahrscheinlich anders wir machen das O wir halten wieder schräg und jetzt gehe ich da rüber und versuche das S zu berühren einmal jawohl so wollen wir das haben und beim zweiten Zug gehe ich aus dem Papier raus jetzt war ich glaube ich nicht richtig in der Farbe in der Lilla ist nicht mehr so viel drin ich gehe nochmal rein ja also ihr seht schon auch das kein Problem und auch wenn ich irgendwo Fläche füllen will tippe ich jetzt nochmal hin und dann geht mehr Farbe rein wenn mir das zu viel ist sage ich ja das sieht ja ganz schwarz aus ich empfehle euch traut euch ruhig das mal trocknen zu lassen weil das arbeitet miteinander wenn viel Farbe drauf ihr seht schon das löst sich auch wieder an aber wenn ihr schockiert seid deswegen ist es auch gut wenn man gleich einen ganzen Stapel mit Papier hat dann kann man alles verschieden ausprobieren seht ihr das? jetzt gehe ich nochmal ins Violett nicht den gleichen Fehler nochmal machen weil unter das Orange ist mache ich das violette U schön aufpassen wie ich mein Papier festhalte ich gehe aus dem Papier raus schräg halten oben die Kurve rum aus dem Papier raus und dann gehe ich hier hoch und ich berühre das U das O leicht mit meinem U und gehe schräg schräg stoße ich direkt hier zurück genau das Papier ist wunderbar super der Preis passt funktioniert super für solche Arbeiten ja so also hier passiert viel Aufregendes jetzt gehe ich wieder schräg und jetzt schaue ich dass ich hier das U berühre schön festhalten schräg halten runter gehen jetzt habe ich es da oben nicht ganz berührt ich gehe einfach nochmal ins Orange dann tippe ich hier nochmal hin yay tipp hier nochmal hin und jetzt gehe ich in das Füßchen das mache ich jetzt so ein bisschen nach oben weil hier habe ich ja noch Platz so L ist fertig und diese Tropfen ich finde sowas klasse manchmal gehe ich sogar hin schauen wir mal ob es klappt nein ich nehme etwas mehr auf ja das ist genau mach sowas ja das ist wirklich das reine Experiment und dann lege ich das zur Seite und mache einfach noch eins und jetzt mache ich euch mal direkt in Orange ich zeige euch das mal nämlich wenn man eine Farbe nimmt dann gibt es auch tolle Effekte weil ich habe Flächen die trocknen schneller an weil ich die Farbe ja verschiebe auf dem Blatt und dann welche wo viel Farbe steht und es gibt solche ähm ich würde mal sagen Pützeneffekte ich mag das gern dass es so lebendig aussieht ja lasst uns nochmal ein einfarbiges machen ich tauche ins Orange ein ups ich gehe aus dem Blatt raus halsschräg mache den Hauptkörper vom S dann gehe ich nochmal rein weil ich will ja viel Farbe haben mache den Fuß und mache den Kopf da ist jetzt wirklich viel Farbe drauf dann gehe ich rechts hin mache mein O und ihr könnt die Größen ein wenig unterschiedlich machen das ist wirklich from und frei wie es euch von der Hand geht macht genießt es dieses Farbspiel was man da sieht dann gehe ich drunter mache das U einmal schön aus dem Blatt raus dann gehe ich bis da oben hin dass ich das Blatt schön fülle gehe da runter und jetzt seht ihr schon wie es da unten fließt und wie sich das verteilt hier verteilt es sich nicht so weil relativ die Farbe gleich eingedrungen ist ins Papier und hier verfließt es miteinander aus dem S ins U runter dann halte ich jetzt fest tauche nochmal ein da ist jetzt wirklich viel Farbe drauf und dann gehe ich wieder ein wenig nach rechts mit dem L und ihr seht auch und hier mache ich jetzt einfach den Querstrich ganz fett wische meinen Untergrund ein bisschen sauber ich berühre trotz allem den anderen Buchstaben nur leicht damit es auch lesbar bleibt ja es ist hier eine schmale Berührung hier 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 und hier und ansonsten verlasse ich großzügig das Format damit es im Prinzip lesbar bleibt das wälze ich jetzt ein bisschen das entwälze ich auch wieder wenn es trocken ist da braucht ihr keine Sorge machen das kann ich euch beweisen ich zeige euch nochmal das von eben gerade das ist natürlich immer noch nass deswegen ist es auch gut wenn man das extra macht weil dann legt man es weg das kann in Ruhe trocknen dann wische ich hier mal weg ich denke beim nächsten Kurs muss ich hier dann mal ein neues schwarzes Papier auslegen so jetzt zeige ich euch mal die Versuche die ich schon hatte also orange hier nochmal violett alleine natürlich genauso wie alle anderen Farben auch und hier habe ich nochmal eins mit beiden Farben ja also habt Spaß damit da kann man wirklich experimentieren locker werden und dann gehen wir einen Schritt weiter dann habe ich ja meinen Text mein Text ist so Tinde können wir zur Seite stellen immer schön zumachen einmal zweimal während unsere Seelenstücke trocknen wende ich mich mal dem Text zu do what makes your soul shine für die die letzte Woche dabei waren wir haben eine Brush Pen Schreibübung gemacht und eine sehr elegante geschwungene Schrift diese Schriftart hier ist natürlich auch Brush Lettering aber es sind etwas entspanntere einfachere Buchstabenformen ich nenne das Casual Brush Lettering ja jetzt ist es ja so ihr seht do what makes your soul shine wir haben ein Quadrat und dann war eben meine Idee warum schreibe ich das nicht ums Quadrat rum und da müssen wir ein bisschen austesten und da gibt es aber Tricks wie man das löst ich zeige euch nochmal das Endprodukt das war ja hier denn ich muss ja die Schrift irgendwie auf vier Seiten aufteilen bei dir ist der Zug so schön breit beim Brush Lettering zeige ich dir gleich das kommt auf die Haltung an das machen wir gleich gemeinsam so und ihr seht schon ich habe so ein kurzes Wort wie du aber es ist wichtig denn wir sind aufgerufen um uns um uns selber zu kümmern und um unsere Seelen deswegen du ist wichtig das habe ich dann auch oben hingestellt und dann gibt es bei den Buchstaben Züge die ich verlängern kann und das nützen wir aus das zeige ich euch jetzt nochmal zu dem Druck die dicken Züge dick ganz kurz also ihr haltet den Stift dazu mich kurz nochmal aus ganz bequem in der Hand tut mir leid für das das wird dann später bereinigt ganz bequem und es ist wichtig dass die Brush Spitze etwas seitlich zeigt das was ihr wollt natürlich geht dünn geht immer aber die Spitze muss seitlich zeigen damit ihr wirklich aufdrücken könnt ihr müsst euch da mal auf euch selber schauen wenn ihr eure Stifte eher so haltet dann kann der Strich nicht sehr dick werden weil ihr quasi nur auf euch zu zeigend aufdrücken könnt und nur die Breite von der Spitze aus nützen könnt aber die Länge von der Spitze nützt ihr aus indem ihr den Stift quer haltet ach der bald der breite Zug beim Balzer aber der breite Zug beim Balzer aber der breite Zug beim Balzer ist im Prinzip genau das gleiche jetzt mache ich die Tinte nochmal auf ist im Prinzip das gleiche es ist ein bisschen ungewohnt weil es ein wirklich großes Schreibwerkzeug ist wenn ihr das schräg haltet und ich jetzt ziehe dann könnt ihr mal sie hin und her rückeln damit ihr spürt wie breit dieses Hölzchen ist und es ist schräg und genauso schräg quer also die sind beide dünn wenn es nicht ganz dick wird dann kippelt man meistens dann wird es vielleicht so und es ist in der anderen Richtung auch so deswegen traut euch das ist etwas was man lernen muss man muss das Gefühl dafür entwickeln kippelt mal ja so breit ist es und wenn ihr wirklich die ganze breite Aufsitzen habt dann zieht so breit ist der Stift er ist der Strich natürlich ja das ist sowas das muss man üben und für sich selber feststellen so einmal weglegen zurück zu unserem Kalibrush ok das ist unsere unsere Schrift ich gehe mit euch durch die Schrift direkt am Projekt ok mit den extra langen Zügen wie wir das ist jetzt der normale Satz und so verändern wir das wenn wir das hier machen ok jetzt könnt ihr gerne entweder nochmal ein Aquarellpapier zur Hand nehmen oder ein Papier aus einem Skizzenblock oder ein Papier von eurem Layoutblock es geht jetzt auf jedem Papier der Kalibrush macht es ja mit ich habe jetzt hier als leichten Papierkontrast zum Aquarellpapier ein Skizzenpapier lasst mich mal schauen von Lana Lana Design 150 Gramm das ist gutes Gewicht relativ fest schon das ist ein DIN A4 Block da habe ich mir jetzt einfach ein Blatt genommen und ich habe für euch vorbereitet ein Template damit ihr versteht was ich meine also das ist eigentlich wegen mir ich tue mir immer ein wenig hart wenn es mit Zahlen und Abmessen anfängt ihr erinnert euch wir haben ein Quadrat das hier mittig drauf sitzen soll mit gleichen Abständen jetzt mal links, rechts und oben unten kann man später noch abschneiden oder unten könnte man auch mal noch einen Gruß oder irgendwas hinschreiben ok das ist uns jetzt egal so ich habe 8 cm ich habe bei DIN A4 21 cm Breite und wir wollen ja etwas Rand lassen das seht ihr hier deswegen gehen wir auf jeder Seite einen halben Zentimeter nach außen ne ne, wir gehen einen Zentimeter nach außen und machen dann die Schrift wir messen jetzt jedenfalls von hier nach innen ne, wir gehen einen halben Zentimeter nach außen so schaut es aus ich erinnere mich wir messen von jeder Seite nach innen 6 cm da drauf kommt es an ok das geht am schnellsten wenn ich ein Geodreieck habe ich lege meine 6 cm hier an kann hier links schon mal 6 cm messen so, wir können das gerne gemeinsam machen wir brauchen jetzt nur hier eine Ecke dann gehe ich meine 9 cm habe ich dann 8 plus 1 hier runter dran drehe ich ich messe hier 6 cm und hier 6 cm seht ihr jawohl 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 so eine Ecke und bei 9 cm weil wir ja rundherum einen halben Zentimeter dazu geben sind wir auf 9 bei 9 jetzt können wir mal prüfen so ich lege mein Quadrat rein passt es ist etwas Luft nach außen ja also passt es ich kann hier leicht anzeichnen als Hilfslinie also bei mir ist es so ich mache meine Hilfslinien eigentlich nie durchgezogen was ich mache reicht vollkommen aus ganz kleine Strichlein oder nur Punkte dann habe ich hinterher weniger zum Radieren ich tippe das einfach nur an weil Radieren ist immer sowas machen wir so wenig wie möglich ok so und dann hier noch ein paar Pünktchen runter und hier so das ist unsere Linierung das Quadrat wird später so drin sitzen und jetzt schreiben wir rundherum und ich zeige euch nochmal das Original wir setzen jetzt Du über Du hat zwei Buchstaben das heißt ich setze das mittig über dieses Quadrat und jetzt zeige ich euch wie wir das schreiben ich zoome mal ein dass ihr links und rechts die Begrenzung seht Schrifthöhe ist ungefähr ich würde mal sagen für die Kleinbuchstaben fünf oder sieben Millimeter relativ klein wir brauchen auch allzu wenig Druck heute ok ich gehe einfach optisch ihr könnt völlig entspannt sein ich gehe optisch hier hin und jetzt stelle ich mir vor D und ich gehe nach oben raus ohne Druck mit Druck und dann gehe ich großzügig jetzt gehe ich mal größer weil der Anfang ist gemacht der erste Zug so damit ihr genau seht was ich mache und dann gehe ich mit einem großen Schwung größer wie ich ihn normal machen würde nach links raus ohne Druck zurück an den Rücken zurück und schon ist das D fertig und ihr erinnert euch ich habe jetzt Platz für den zweiten Buchstaben dann gehe ich großzügig mit so einem Anstrich raus setze dann das O und jetzt kann ich bis hier raus gehen und mache quasi hier einen großen Zug nach rechts außen und ihr könnt quasi nichts falsch machen ob der jetzt ein wenig kürzer oder ein wenig länger ist er muss nicht bis zur Ecke gehen ganz das lösen wir dann mit dem nächsten Buchstaben und ich gehe ich schwing leicht ein und ich schwing leicht aus so schaut mal das ist unser erstes Wort völlig entspannt so wie es euch jetzt gelungen ist drehen wir rum und 90 Grad unser Text ist ich zeige es euch wieder do what makes jetzt habe ich zwei Worte die müssen da hingehen das heißt ich schreibe auf jeden Fall etwas enger aber ich gehe hier mit einem großzügigen Schwung ins W ich könnte auch folgendes machen ich lege das mal hier drüber ne ich lege es nicht drüber weil dann kann ich nicht vergrößern passt auf ich mache euch das vor ich habe hier rechts das Ende vom O und ich will aber trotzdem mit der Schrift hier anfangen weil wir zwei relativ lange Worte haben deswegen gehe ich großzügig völlig ohne Druck hier in einem Bogen Druck und dann nachlassen wie gewohnt Druck nachlassen Druck im Bögelchen gehe ins H großzügig von oben ohne mit ohne mit kurze Unterlänge weil wir haben hier nur einen halben Zentimeter ohne mit ohne mit ohne und ein schönes T ok dann ihr kennt es schon kann ich mein Blatt drehen und kann schön einschwingen ausschwingen einen schönen T Strich machen jetzt kommt Makes wir müssen das in der Breite schaffen und wenn wir nichts wenn wir es nicht schaffen gehen wir ums Eck ihr könnt immer noch völlig entspannt sein wir schauen mal wie wir hinkommen gleich kommen wir nicht hin dann ist es eigentlich umso interessanter Druck nachlassen Druck nachlassen Druck A Druck nachlassen Druck nachlassen Bogen fürs K immer schön im im Rhythmus jetzt mache ich nur das halbe K weil ich mache erstmal mein E hin und beim S seht ihr schon müssen wir um die Kurve schwingen jetzt mache ich mein E Druck und jetzt stoppe ich kurz jetzt drehe ich mal ein Stück und wir gehen jetzt übers Eck ins S ganz entspannt ohne kurz Druck ohne Druck und ich gehe mal in den Kringel und jetzt stoppe ich kurz mache den Kringel vom K jetzt seht ihr hier habe ich Platz und jetzt zeige ich euch kurz wie unser Original wieder ausschaut gut do what makes da ist es sich ausgegangen aber ich habe hier auch ein Beispiel kann ich euch zeigen da ist es sich nicht ausgegangen je nachdem wie es euch aus der Hand geht da bin ich mit es sogar rumgegangen also es funktioniert alles das mache ich immer beim Schreiben direkt wie es mir von der Hand geht deswegen und jetzt kommt als nächstes Wort ja nur ja das heißt ein kurzes das bekommen wir auf jeden Fall hin ich drehe um die Ecke rum ich weiß es kommen jetzt nur vier Buchstaben das heißt ich schwinge großzügig aus dem S raus so traut euch das ruhig makes ja und auch für das J das J gebe ich einen großzügigen Anschwung ohne Druck Druck ohne denkt wieder dran nur kurz nach unten raus weil ich nur fünf Millimeter habe und dann haben wir etwas Platz das heißt ich mache einen Anstrich Druck nachlassen Druck nachlassen seht ihr wie ich das Wort auseinander ziehe Druck nachlassen Druck ohne mit und jetzt gehe ich aus dem R raus großzügig bis in das Eck und schon habe ich die Fläche ausgenutzt ja jetzt bleibt uns nur noch Soul Schein ich zeige euch das Original ich gehe hier um die Ecke rum wir haben zwei Worte aber ihr seht auch ich habe hier nochmal Luft selbst wenn ich mit dem Schein nicht zurecht komme könnte ich das Wort noch hier rum ziehen alles kein Problem das schaffen wir auf jeden Fall so wir brauchen Soul den geben wir auch noch einen großzügigen Anstrich Druck nachlassen Druck und ins O großzügig Druck nachlassen fürs L und jetzt Schein ich habe Platz ich gebe dem S wieder einen großzügigen Anstrich Druck ohne Druck Kringelchen flach ins H Druck ohne Druck ohne Druck ohne ohne ins N und ihr seht wie ich genau zurecht komme und jetzt zeige ich euch beim E machen wir erstmal fertig ohne Druck ohne ganz normal kurz denn unser Schmuckschwung wird jetzt aus der Mitte vom E raus gehen ja dazu drehe ich und mache hier folgenden Schwung ich schwinge hier ein und gehe um die Kurve rum und stoppe hier kurz vorm D und es ist wirklich so ich mache das ruhig mal in der Luft vor und dann gehe ich mutig voran und mache hier den Schwung rüber so und jetzt schaut mal schon habe ich es geschafft und wenn wir jetzt ich muss mal auf meine beiden hier schauen das was ich gerade geschrieben habe ist praktisch trocken das ist das Orange und jetzt schauen wir mal das andere beim Gemischten ist alles trocken bis auf die Spritzer das ist immer so das trocknet lange ja das lege ich nochmal weg und auch hier sehe ich wo viel Farbe war ist es noch feucht aber wenn viel Tinte drauf ist dann gibt es da besonders aufregende Verläufe von daher lohnt sich immer das wegzulegen und trocknen zu lassen ich habe ja was vorbereitet also lasst eure in aller lasst eure in aller Ruhe trocknen jetzt schaut mal her so passt es dann rein geht sich super aus und wenn ihr soweit seid dann kleben wir das auch schnell rein da brauche ich kurz mal ein Schmierblatt für meinen Klebestift ich mache euch das jetzt einfach mal fertig würde natürlich auch gehen jetzt schön auf die Ecken immer achten unbedingt auf ein extra Blatt gehen aber wem sage ich das hier aus ich schaue jetzt quasi dass links rechts oben und unten der Abstand ungefähr gleich ist so jetzt passt es dann lege ich mir das ist ein Versuch von gestern einfach ein Schmierblatt drüber das etwas größer ist und dann drücke ich das schön an das war Schriftversuch von gestern da könnte man auch noch was draus machen ihr seht schon es gibt tausend Möglichkeiten mit dem Balzsäuz das ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal dass wir das ausprobieren hier habe ich jetzt Kleber hingeschmiert da rubbelt man mit dem sauberen Finger drüber und dann kann man das oft noch entfernen kein Problem so jetzt schaut mal her wunderbar was ich euch noch zeigen wollte was ich gestern gefunden habe in meinem Papiersammelsurium es gibt im Bürobedarf wundervolles Glitzerpapier seht ihr das in allen möglichen Farben da dachte ich mir oh ich habe Silber und Lilla das passt natürlich gut wenn ich da jetzt natürlich das macht sich schon gut wenn da noch so ein kleiner Rand ist das könnte auch noch ein Hauch größer sein das wenn das nicht ausgegangen ist mit dem E ich komme gleich noch dazu wir machen nämlich jetzt noch meine berühmten Rauten damit kann man nämlich solche Probleme noch lösen ja ihr seht ob ich jetzt ein violettes Papier drunter lege oder ein silbernes Papier oder wenn ich dann das violette hätte ja da gibt es schon wieder tausend Möglichkeiten also ihr seht schon ihr müsst unbedingt eine ganze Serie aus den Quadraten machen und dann damit experimentieren und dann habt ihr vielleicht auch das nächste Mal im Künstlerpapier ich habe immer jetzt war meine Verbindung untersprochen ich habe es aber gesehen aufgehört zu sprechen ich nehme mir sowas immer mit und lege mir das auf Vorrat an und dann kann man es gut gebrauchen für sowas also das wäre so eine kleine Extrasache aber es funktioniert ja so auch ich ratiere hier jetzt nicht rum sondern was ich euch noch zeigen wollte man könnte jetzt verwenden Moment hier gerät alles ins Rutschen man könnte jetzt verwenden die Farben die quasi in der Arbeit sind man sorry meine Verbindung ist schlecht man könnte auch verwenden Metallic und da würde Silber halt gut passen alles möglich jetzt ich gehe jetzt wenn es sich irgendwo nicht ausgegangen ist dass ich Lücken habe dann ist eine ganz einfache Lösung ihr wisst ja ich mag das immer ganz so reagieren wie es passiert dann gehe ich hin und mache mal mit Violett ein paar Rauten ja ich setze einfach an mit der Kallispitze vom Kalli Brush und schau mal hier finde ich sowieso so ein paar Kleinigkeiten mache ich noch eins hin und dann gehe ich rum und mache vielleicht hier zwischen den Worten nur so als Schmuckelement dreh rum hups ich zoome etwas aus damit ihr seht was ich meine hier so zwischen der Verbindung und dann gehe ich wieder rum und mache hier zwischen der Verbindung und es ist je nachdem es ist praktisch eine optische Lösung jetzt schauen wir mal jetzt habe ich ein paar Punkte hingemacht ich zeige euch mal die eine Arbeit die ich vorbereitet habe da habe ich in Violett und Orange Pünktchen hingemacht ganz locker bis quasi das Auge sagt ja mehr braucht es nicht und vertraut euch da auch ne ärgert euch nicht dass es gerade nicht geklappt hat dass ihr zurecht gekommen seid ich meine ihr macht das jetzt auch live mit da kann man dann in Ruhe nochmal arbeiten aber es gibt eben auch immer solche Lösungen hier bei dem habe ich nur ein paar silberne Pünktchen noch dazu gemacht reicht vollkommen man hätte auch noch mehr machen können da habe ich so gelassen und ich finde es ist wunderbar weil der Fokus ist hier und dann auf dem Text und alles andere sind nur kleine Deko Elemente die es zur Komposition noch braucht jetzt schaut mal hier und jetzt schauen wir nochmal auf meines ich würde jetzt noch ein paar wenige Orange dazu machen ihr wisst es ich mache meine Rauten ja immer so gern jetzt vergrößere ich mal so damit ihr das Ganze seht wenn ich die setze ich schaue also drauf und überlege mir dann wo ist denn noch Luft zum Beispiel würde ich jetzt mal hier jetzt setze ich zum Beispiel auf die gedachte Linie eines und ganz vorsichtig nicht wild loslegen das ist wirklich nochmal so ein kontemplativer Moment jetzt drehe ich rum hier sehe ich eigentlich keine Fläche wo es noch eins braucht ehrlich gesagt und wenn ich mir nicht sicher bin mache ich es nicht lieber warte ich bis morgen wenn ich morgen drauf schaue mache dann noch was oder eben auch nicht jetzt schauen wir mal auf der Seite seht ihr dass hier groß Luft ist dann gehe ich hier hin mache hier eine kleine Raute dann schaue ich nochmal braucht es noch was vielleicht hier mhm ok wir drehen nochmal in aller Ruhe schauen braucht es hier was ich finde nicht aber jetzt drehe ich mal wieder nach oben wenn ich jetzt sind wir wieder da ich habe jetzt unten zwei dass hier links Luft ist wenn ich die ganze Zeile anschaue dann gehe ich beherzt hin und mache hier noch eine Raute und jetzt schauen wir mal drauf ich zoome mal aus wie sieht es aus gut sieht es aus würde ich sagen und jetzt wäre eben die eine Sache ich könnte jetzt sagen ja ich will die ganze Arbeit quadratisch dann gehe ich hin und schneide das quadratisch ab wenn ihr euch das mal so vorstellt dann kann ich das in einem quadratischen Rahmen ich könnte es auch noch verkleinern ja wie auch immer mögliche mehrere Möglichkeiten ich könnte aber auch ähm das hier benutzen um noch was zu schreiben keine Ahnung eine Widmung wenn es Arcade ist schreibt er noch drunter für wen auch immer das Video wird gespeichert gleich jetzt nach der Aufnahme wird hochgeladen spätestens morgen Vormittag auf online-pen.de und auf YouTube und das Original ähm Motiv ich denke das war das mit der grauen Schrift das ist so bereits auf der Website online-pen.de schaut euch mal um da gibt es ähm ganz viele Videos übrigens geht rauf das ist als JPEG auf der Website wie alle anderen Motive zum Download das könnt ihr euch abheften als Vorlage also es ist wirklich kein Problem das nachher nochmal in aller Ruhe zu machen ja ihr könnt es immer genießen zuschauen ein bisschen probieren aber seid nicht frustriert wenn es nicht gleich klappt mich hat es auch eine Zeit lang es hat für mich auch eine Zeit lang gedauert bis ich das entwickelt habe ja also völlig entspannt so und so ist meines jetzt fertig jetzt könnte man quasi drunter noch schreiben ich habe gerade ich hätte hier einen violettener Fineliner wenn ich das jetzt hier noch verschenken wollen würde dann setze ich einfach in lockerer Handschrift drunter ja das wärs soweit von mir so noch einmal der vorbereitete Entwurf ich hoffe ihr traut euch mit dem Balzarset es mal auszuprobieren ähm es ist ganz einfach traut euch benutzt die Tinten experimentiert euch ich denke wichtig ist wirklich macht euch eine ganze Hand voll Papiere das beruhigt und dann macht man eines nach dem anderen und es ist bei mir immer so wenn ich eines mache und eines ziehe dann fällt mir dabei ein was ich auf dem nächsten anders machen könnte und dann experimentiert mir und es kommen wirklich man kann die weglegen die trocknen in Ruhe und es kommen tolle Sachen raus ich zeige euch jetzt nochmal das ist jetzt fast trocken hier ist noch ein bisschen nass schaut mal wie sich das verändert ich finde es toll also traut euch das legt es zur Seite lasst es trocknen und arbeitet dann schön weiter erstmal an der Strift das ist eine ideale Kombination miteinander und dann hat man tolle Arbeit am Ende oder eine ganze Serie ja schön dass ihr alle dabei wart aufregende Nachrichten nächste Woche erstmal nächste Woche ist die Live Session mit der lieben Joanna Birkel meine nächste Live Session ist am 21. Oktober und ich kann euch sagen wir werden ein neues Produkt ausprobieren ich bin ganz aufgeregt denn ich durfte bei der Entwicklung mithelfen dazu werde ich euch dann ganz viel zeigen wie das funktioniert was für Farben wie man das handelt das werden wir auch noch ankündigen aber seid gespannt ich freue mich schon total auf den 21. Oktober wieder um 19 Uhr hier ja ich freue mich auf jeden Fall auf euch markiert euch das im Kalender kommt vorbei ansonsten ja will ich natürlich wieder sehen was ihr gemacht habt probiert doch experimentiert und lasst es mich wissen wer mich noch nicht kennt und ich bin auf Instagram unter wunderliche unterstrich welt ja ich will das neue Produkt egal was es ist ich sage euch es ist super und ihr werdet staunen aber dazu später mehr Spannung 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 Hashtag Kalibrash zeigt mir bitte was ihr gemacht habt mein liebes Team bei Online Germany die sind auch immer gespannt was ihr so experimentiert und ausprobiert habt deswegen posten unter Hashtag Kalibrash oder Hashtag Letter Love das passt für das Balser Set auch gut und dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß bei der Arbeit so soll es nämlich sein viel Spaß beim Experimentieren bitte lasst es krachen mit eurem Balser Set den Hölzchen und der Tinte viel Spaß bis in zwei Wochen wir sehen uns Tschüss bei Online Germany die jungen jungen mit jungen die jungen 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 jungen